Sophia, los nach vorne! Nicht einschlafen, nach vorne spielen! Hey! Sie sind von dir ganz bei Trost, der hörst du mir. Wir brauchen Geld und es bleibt, dass ich immer eine Gurkentruppe. Wir wollen doch aufsteigen, die nächste Liga. 2000 Euro und wie wir halten den Platz? In zwei Wochen, kein Aufschub. Und sage ich Ihnen gleich, wenn ich da irgendwas mitbestimmen kann, dann kriegen Sie das Geld nicht. Das heißt, Migranten für Migranten. Man muss uns schon ein bisschen mehr aufbieten, als ein Akzent und ein bisschen Farbe im Gesicht. Sie als Grieche müssten doch verstehen, dass man ein bisschen knapp bei Kasse ist, oder? Und Sie als Deutsche wissen genau, wie es läuft, oder? Ich will die Mädchen trainieren und die da drin drehen mir gerade das Wasser ab. Nein, das glaube ich jetzt aber nicht. Ich werde es auch spinnen, sich fürd Katie und ich würde es aufbauen, Cours will die